so da sind wir wieder eine etwas längere pause da ich sehr viel private sache machen muss ich muss sehr viel lernen sagen es doch okay ja das ist laut upsala man hat ja mein tablet gehört ich bin bisschen außer lang jetzt nicht mehr extrem und muss jetzt erstmal gucken wie alles jetzt bei mir aussah so ich glaube ein mikrofon ist ein bisschen zu laut so ok dann nein nein nicht dein ernst oder die untere leiste gibt es bei mir nicht weg einen moment bitte so jetzt jetzt ich habe schon eine steuerung vergessen keine ahnung wie alles ging aber ja wir werden uns jetzt mal dran wagen ich weiß dass die kanalisation war und ich werde jetzt schon hassen ok das wichtigste ist schlagen es geht noch tiefer runter oh gott ja schon was oh gott jetzt mal durchlaufen oh wow was zur helle ist das oh oh select select erst mal auf hp gucken ich bin auch gesund nein nein schnell weg klatschen schnell weg klatschen oh fuck jetzt muss ich auf hp achten ja sehr kritisch schnell weg treten na komm schon alter junge willst nicht verarschen ich muss wechseln so wie schuss habe ich denn 14 65 ok wir bleiben erst mal dabei und benutzen das tonicum so ok ok haben wir überhaupt eine karte von nein haben wir nicht kurz hier nachschauen hier ist nichts kurz auf der anderen seite nachschauen ob hier etwas sein könnte eventuell wir gehen dann mal links lang als erstes sagt dass ich hier aber gleich auf der anderen seite ja bisschen riesig ob es das das ist nichts ok aber hier liegt mit moni das ist immer gut das ist wirklich gut so so auf die andere seite wieder alter so alter hast du mich erschreckt ich bin noch im grünen bereich sehr gut so alter habe ich mich gerade erschreckt so hier guck mal hier gibt es auch was zum looten was ist das was grün ist ist das eine neue art von munition hallo gewehrpatronen finden wir jetzt ein gewehr gleich wenn wir schon mal hier ein gewehr wenn wir hier schon mal gewehrpatronen finden will ich mal direkt nachgucken ob ich äh ne äh ne äh ne ne moment ne moment ne moment muss man was überprüfen okay äh äh weil wir haben jetzt ja muni gefunden muni 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 deswegen muss ich jetzt gucken wo ich dir ne das gewehr finde aber das gewehr findet man anscheinend später ja aber immerhin haben wir schon mal muni dafür so jetzt in diese richtung und da können wir durch nein können wir nicht durch so bis wir also doch links lang aber da war ja nichts mehr so wie ich es gesehen habe ich muss mal kurz was machen upsala einen moment so ich merke dass mein stream läuft und ich hoffe dass ich das fixen kann so hoffentlich wird das jetzt gefixt aber ich bezweifle es leider wenn wir streamen bleibt gerade sehr brutal so ne ah wo müssen wir lang hier ist auch eine Sackgasse ich muss jetzt gucken hier waren wir noch nicht es scheint es glaube ich ich glaube hier waren wir noch nicht ja so Pistole bereit Pistole oh Gott der Sound so hier lang kann ich hier was machen nein so bitte nicht erschrecken ich bin sensibel ich bin sensibel oh war es nicht hier ich glaube ich war doch schon hier oder oder ich weiß es nicht ne ich war nicht hier ich habe noch nicht gespeichert das weiß ich okay und was ist das hier das ist eine Karte in der der Kanalisation Zugang zum Erholungsbereich mitnehmen ja und was ist das ist hier ein Schlüssel ja Kanalisationsschlüssel perfekt so wir können jetzt in die Richtung woher geht das denn äh okay jetzt mal hier rein das ist gerade komisch ich bin zwar jetzt da reingegangen aber was war das ey yo über mir okay ne tschüss hier geht es nicht lang ah ne ey yo das greift von oben an ich sprinte die ganze Zeit fuck so war auch glaube ich was ich weiß nicht ob ich es richtig gesehen habe hier waren wir schon wir haben jetzt über den Schlüssel wir müssten jetzt wahrscheinlich runtergehen können da warm Junge wegtreten bitte perfekt gleich nach rechts ja gucken wir mal hier weiter geht es da rechts auch weiter hier hier ging es gar nicht weiter gehen genau okay wir laufen mal ich höre was warte mal ist mein Radio aus mir kommt es die ganze so still vor war schon ne ist on warm Junge hier geht mir auf den Sack weg weg mit dir oh oh perfekt oi woher kommen die alle so viele krank was ist das hier Verbandskasten perfekt nehme ich der Leiter wieder nach oben ja bitte raus aus der Kanalisation gussi 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 gusi blau oh fuck wir sind immer noch nicht raus aus der Kanalisation nein ich dachte wir wären jetzt raus und es tut mir leid wenn mein stream ein bisschen lag aber mein internet mein internet kussi bussi so ich sehe es schon aber weil morgen aber eben wieder ja ich mache es auch ich halte auch nur kurz buddha was internet scheiße kommt runter da kommt runter weg treten tunikum 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 perfekt alle weg treten jetzt was die sich auch weg treten nice na ey yo what the fuck bruder ich nehme dich mit ne hoffe das weißt du perfekt und dich eventuell noch ne alle weg ok gala wird mein tod sein als ob hier nichts ist wenn ich schon dass sie animiert haben hier ist wirklich nichts krass wahrscheinlich später irgendwann na ja dann laufen wir weiter und warte mal kurz so ein moment ne alles ist fein ok so wohin gehen wir jetzt da ist die leiter wir können jetzt rechts lang so nein können wir nicht hier ist eine sackgasse aber eine fette sackgasse dann müssen wir wohl hier rechts lang ah oder ja warte wie viel muni haben wir ich will jetzt nicht zu viel ballern 52 noch ok dann laufen wir mal dann laufen wir mal da 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 perfekt weg mit euch so ein moment mal kurz perfekt ich will mal kurz das nachschauen bei mir weil das stream leckt halt schon ekelhaft ich habe keine Ahnung warum das stream so hart leckt es tut mir leid freunde aber ich ziehe es mal durch so toni kommt wieder nehme ich ähm äh so dann gehen wir hier lang ojo tot ja komplett tot der bewegt sich noch jetzt nicht mehr ok abgeschlossen ich verstehe das heißt wir können hier lang oh es ist widerlich ojo jojo jojo oh ey yo what the fuck bruder ah ja noch irgendwo diese scheiß kakerlaken Hallo, ich höre dich auf mein Deut, dich zu praktizieren Hallo Ja, erstmal Vielen Dank, dass du da bist, Eclair Äh, sorry Wenn mein Stream laggt Äh, aber ja Es freut mich, dass du da bist Äh, lass mich nur, ich schreib mir noch kurz In den Chat, ja Danke, dafür So Aber freut mich, dass du da bist Wie geht's dir? Eclair Ich hab jetzt mal in den Chat geschrieben Damit man das, äh, bekommt, ne Weil ich helfe gerne Bei sowas Jeder, der die deutsche Sprache lernen will Freut mich immer wieder Auch sehr respektabel Ist halt keine einfache Sprache Ich spreche auf Englisch Und Ungarn, aber ich mag, äh, Deutschland Ja In Ungarn können einige, äh, Deutsch sprechen, ne Ich glaub 10% fließend Hat mit der Geschichte zu tun Dann, glaub ich Äh, ne Öst, Königreich, Österreich, Ungarn Na, kein Problem Ah, okay Freut mich dann Ja Soweit ich weiß, äh Können viele Ungarner Äh, Deutsch sprechen Lustigerweise Meine alte Lehrerin Die aus Ungarn kam Geboren War Deutschlehrerin bei mir Die war meine Deutschlehrerin Ich hab den Namen leider vergessen Aber das war eine meiner Lieblingslehrerinnen Die war so jung und so cool So Jetzt muss ich hier auf Was ist das? Oh nein Oh Warte Hier vielleicht Vielleicht was Ne Oh nein Oh nein, nein, nein Muss ich mich heilen vielleicht Feuer Ja Einmal heilen Oh nein Ah, sie muss dann sehr nett für Lieblingslehrerin sein Ja Die war auch sehr korrekt Und cool Hallo Das ist ein Das ist ein Schlüssel Zum Kanalisationsausgang im Wasser Ach, da ist ein Schlüssel Zum Da ist ein Schlüssel Zum Kanalisationsausgang im Wasser Mitnehmen Ja Ich seh nicht mehr den Schlüssel Nein Schnell 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 Ah Ah Nein Nein Wechsel Hier Jawohl Bin ich rot Passt Schnell Highland Ich hab noch genug Pistolenschüsse Perfekt Freundin Oder Was Warte, warte, warte Ah, sie muss dann sehr nett für Lieblingslehrerin sein Freundin Oder Harry Fans Ich verstehe nicht Kannst du das nochmal Äh Wiederholen So Harry Äh Äh Ich mag Harry Aber man 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 hört noch nicht so viel von ihm Das ist halt noch ein Charakter Ich bin noch relativ Das ist mein erstes Mal, dass ich Silent Hill spiele Und ja Harry ist halt okay Er sucht nach seiner Tochter Was nett ist Aber Oh Junge Habt ich nicht gesehen Äh Oh Äh Aber sonst Ist halt normal Kein besonderer Charakter Weißt du Ähm Jetzt können wir Wieder hier lang Aber ja Sonst ist Harry Mason eigentlich relativ cool Aber nichts besonderes Ich freue mich aber auf Silent Hill 2 und 3 Weil Charol Super cool Äh Z David Thunderland hieß er glaube ich Ich weiß nur, dass sein Nachname Thunderland war Auch übelst cool Oh das will ich unbedingt spielen Ich freue mich schon so sehr So Ausgang Ausgang Jetzt musst du noch den Ausgang finden Oh Alter Was Von wo Von wo Schnell weiter Ähm Weiß ich nicht Weil Ich spiele zum ersten Mal Silent Hill Ah Das ist mein erstes Silent Hill Ah Und jetzt Ah Nein Jetzt So Oh ja Deswegen Entschuldigung wenn ich schlecht spiele Ich spiele halt das zum ersten Mal Aber Ich glaube Teil 2 und 3 Werden mich beeindrucken Weil Ich habe sehr viel davon gesehen Äh Und die sahen sehr cool aus Und das will ich auch unbedingt spielen Deswegen kann ich mir gut vorstellen Dass es 2 oder 3 ist Wird 1 ist auch gut Äh Ist aber auch ein bisschen alt Ne Muss man sagen So Jawohl Ähm Oh was ist das Speichern Perfekt Speichern Haben wir jetzt die Kanalisation fertig Na du bist nicht schlecht Oh das Das sieht man erst noch Du hast mich noch nicht gesehen Ich bin sehr schlecht So Oh wir sind wieder draußen Okay Da geht's rein Kann ich hier rüber klettern Ne Okay Oh es ist dunkel Oh Ich mag eins Und Ja Die kontrollieren Die Kontrolle ist alt Ja Die Steuerung ist halt sehr alt Die Steuerung ist halt sehr sehr alt Äh Aber Ich glaub Es ist auch irgendwie Interessant Weil Ähm Du bist halt kein Superheld Du bist einfach nur ein normaler Mensch Ein normaler Mann Der halt versucht Seine Tochter zu finden Du bist ja nicht irgendwie Der Red Dead Redemption Oder so Oder so Silent Äh Du bist halt Du bist halt ne Ähm Du bist halt ein normaler Mann Und das find ich ziemlich cool Einen Moment Ich muss mal kurz was gucken Denn Ähm Ich such nach ner Waffe Okay Upsa Ich hab keine Karte hier von Okay Okay Äh Die Waffe kommt später Anscheinend So Wohin muss ich jetzt hier Oh Was das Geräusch Hier ist aber ne Karte Das ist eine Karte Des Erholungsbereiches Mitnehmen Ja Hi Ich bin's Erinnerst du dich noch Ja Tsunami Natürlich erinnere ich mich an dich Willkommen Tsunami Wie geht's Weil Nicht viele Leute Heißen bei mir Im Chat Tsunami Und du bist Schon etwas länger da Seit einigen Monaten Ich glaub schon Ein halbes Jahr oder so Kontroll Ups Ich hab die Sprache gelernt Vor 16 Jahren Wann ich Wann ich Bin Schülerin Bin So ich bin schlecht Na alles gut Deutsch Deutsch ist nicht einfach Deutsch ist nicht einfach Ähm Boah das Geräusch Aber immerhin Respekt Dass du es lernen willst Ne Aber Ungarnisch Ist auch eine andere Sprache Ist ja keine Germanische Sprache Ist ja eine Finno Uigur Uigur Ah Uro Fuck Äh Finno Uigurische Sprache Ist eine komplett andere Struktur Deswegen ist das Vielleicht ein bisschen komplizierter Deswegen Ist das in Ordnung Solange du es Wer lernen willst Und daran Lern Und dich anstrengst Und dich bemühst Ist alt Alles in Ordnung Oh Ich höre ein Monster Finno Genau Genau Ist ja halt Anders Wo Ist ich hier rein Nein Bleib stehen Bleib stehen No So Nein Schnell Oh fuck Scheiße Okay Ich bin noch gesund Ich bin noch gesund Jawohl Da ist noch einer Ja Ich weiß Nein Warum Wir so viele Artikel haben Ist doch sehr komisch Der Wir haben nicht nur der Wir haben noch mehr Der 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 Wir haben so viele Ich bin Ich bin Englisch sehr einfacher Mit Dieses Vieh hat Dir eine Klatsche gegeben Aber den Bray Juckt es einfach nicht Ja Ist ja echt so Was erlaubt ihr sich Einfach mich zu klatschen So Wolang Oh Gott Wolang muss ich denn nochmal South Park Ey Die haben South Park hier Ich weiß gar nicht mehr warum wir hier hin mussten Ich habe jetzt seit einer Woche nicht mehr gespielt Seit langem nicht mehr Von wo von wo von wo Oh nein Oh nein Ich spare mir jetzt Munition Die sind gefährlich Die sind sehr stark Und schnell Na Nein 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 Stopp 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 Jawohl Okay Tod Oh Scheiße Ich habe Angst Äh So Das ist schon mal gut Ähm So Ja Jawohl Perfekt Tod Nein Pistole 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 Ähm Ja Gute Frage Gute Frage Ähm Ich wollte eigentlich schon immer ein eigenes Eigenen Avatar haben Und ich wollte Aber es ist halt schwer Sachen für mich zu finden Und ich weiß halt nicht wo ich Äh Jemanden für ein Artwork Beauftragen kann Äh Alter ich habe den getroffen Ja Und ich wollte schon immer eine Abenteuerkatze haben Meine Katze ist mein Lieblingstier Und ich wollte schon immer so eine lila Katze haben Der so aussieht wie Mit äh So eine Kleidung hat wie aus Dragon Quest Und Wie der Zufall es will Ich kann Du kannst zeichnen Das will ich sehen Das will ich sehen Aber äh Um kurz zu fassen Ich wollte dann halt Eine Katze halt haben Als Armfeuer Und hab dann halt Bing Äh AI benutzt Ist halt ein AI Bild Also KI Bild Und das Das ist das beste Bild Was ich bekommen habe Das war so geil Der Schwanz ein bisschen zu lang That's what she said Ähm Aber ähm Ich fand das Bild so schön Und deswegen lieb ich das Ich wollte schon immer so was haben Und Für mich Deine 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 Ist so schwer Ich mix alles Und wann du Äh Weiß es nicht Daddy Das Jupp Dein Schiff Ist unter Wasser Ja Ja Kannst du Ich muss Es ist schwer Sogar für mich Sogar für mich Ist das manchmal schwer Verstehe das Komplett Es ist nicht einfach Oh Oh Geist Geist Nice Ja, ich denke so. Aber ich bin beat. Ich dachte, ich war ein Goner da. So, wie geht's? Hast du einen Weg raus? Nein, noch nicht. Wie geht's dir? Zip. Aber es ist zu schnell, um zu geben. Das verrückte Verrückte kann nicht weitergehen. Ein Militärer-Rescue-Squad sollte jetzt hier sein. Wenn sie durch die Stadt kommen, sind wir zu Hause frei. Ich hoffe so. Ich hätte besser gehen können. Das ist nicht die Zeit, um zu stehen, um unsere Gums zu schnappen. Kennst du eine Frau, die die Alessa nennt? Nein. Huh? Kennst du eine Frau, die Alessa nennt? Nein. Ich kann Strichmenschen zeichnen und zwar mit Augen und pass auf, mit dem Mund sogar. Nein. Als ob. Niemals. Mit dem Mund sogar. Ich kann gar nicht zeichnen. Ich kann nicht mal. Kannst du eine andere Katze machen? Ich hoffe es, aber anscheinend nicht. So. Erstmal hier alles mitnehmen. Ähm. Warte, ich speichere nochmal. Schauen wir jetzt neue Sachen ab. Aber der Tritt war so lustig. Einfach weggetreten. Oh. Äh. Wohin gehen wir jetzt? Erstmal will ich mich hier umschauen, bevor ich wieder rausgehe. Ah. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Scheiße. Die kamen von da, ne? Hä? Ne. Oh, was ist das? Kaufmann muss das fein gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Ich habe einen Kaufmannschlüssel. Eine Kaufmannschlüssel. Uh. Ich habe eine Quittung. Uh. Kannst du das mitnehmen? Nein. Da guckst du sowas von. So. Was. Von. Äh. Ups. Falsche Seite. Äh. Falsche Sache. Ich bin einfach Profi. Das glaub ich dir sowas von. Quittung. Look. Quittung von General. Vom General Store. Wahrscheinlich vom Kaufmann hinterlassen worden. Look. 0473. Ne. Oh. Super Meat Boy. Will ich auch irgendwann mal spielen. Ups. Nein. 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 Ich wollte noch den Schlüssel mehr anschauen. Schlüssel. Äh. Bitte. Eine 3 ist auf dem Anhänger heute. Der Schlüssel ist wahrscheinlich von Kaufmann hinterlassen worden. Okay. Nummer 3. Dann gehen wir hier raus. Hallo. Ah. So. Ups. Falsch. Lass dir wieder. Ich wollte die Karte öffnen. Ähm. Oh. Oh. Da. Jawoll. Jawoll. Profi. Ich. Niemals. Wahrscheinlich Tsunami. Ja. Tsunami ist ein Profi. Tsunami kann sehr gut Zeichen anscheinend. Sehr schön malen. Oh. Die Musik. The fuck. Fuck man. Hier. Ich kann doch hierher. Ne. Oh. Die Musik. Wie. Oh. Warten wir. Wann. Ich will nicht so viel Munition verschwenden. So. okay verdammt wo lang gehe ich denn überhaupt ja ich möchte lang warte warte war ich schon hier ja hier war ich okay muss leider afk gehen bleibe aber dabei wenn ich nicht mehr schreibe dann heißt das dass das dass ich noch da bin aber weil die tasten zu laut sind dort sind nicht mehr schreibe ach so okay 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 verständlich verständlich ja ja alles gut malen auch cool ich kann manchmal ein bild machen aber lange lange zeit ja ignoriert das einfach alles gut alles gut ist in ordnung aber viel spaß dir auch wohin hoch ist ja ich kann leider gar nicht mal ich kann aber gar nicht mal egal wie viel zeit ich mir lasse ich habe mir sogar extra tablet gekauft mit stift um heil um halten malen zu lernen zeichen zu lernen oh oh die sind so widerlich komm komm steh auf steh auf steh auf steh auf steh auf jawohl nice nein nein aufsteh 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 Schnell, schlag. Ja. Ja. Aber. Entschuldigung. Ich wollte mal unbedingt Budapest besuchen. Budapest soll sehr schön sein. Viele Freunde waren schon Budapest von mir. Viele Freunde von mir. Und habe immer gesagt, es ist schön. Oh. Code, 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 Code. Warte, 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 warte. Wir haben noch einen. Da. 0473. 0473. Ah. Aber. Ich gucke noch kurz. So. So. Hier ist Wasser. Budapest ist schön, aber ruft Taxi nicht. Wieso soll ich kein Taxi rufen? Wieso? Jetzt bin ich neugierig. Bearschen dich die Taxis? Beklauen die dich? Okay. Hier geht es nicht lang. Ich gucke noch trotzdem an. Wir sagen Taxis. Hyäne. Oh, Taxis Hyäne. Wieso? Weil die lachen? Wie aus König der Löwen? Lion King? Oder? Warum? Ah. Ah ja. Ich habe Angst. Ich muss jetzt gucken, wo das ist. Ich muss jetzt gucken, wo das ist, weil ich habe es wahrscheinlich verpasst. Oh, ja. Oder? Einen Moment. Nein, Moment. Wörterbuchzeit. Alles gut. Ich suche gerade selber was. Wo ist das? Wo ist das? Taxis mögen Leute betrügen oder täuschen? Ah, okay. Dachte ich mir schon. Einen Moment. Ich suche gerade was. Warte, habe ich das nicht sogar schon? Nein. Nein, ich habe nichts. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Weil, es muss hier irgendwo, hm. Einen Moment. Ich muss gerade wirklich gucken. Warte kurz, warte kurz. Ich muss eventuell kurz zurück. Oh, was ist das? 20. August. Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm, ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. Bitte, wir haben Zeit. Oh, danke schön. Das ist sehr lieb von dir. Sehr lieb. Es ist vorbeigekommen. Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. September. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichens nichts mehr zu tun haben. Aber mir wird jetzt noch mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen. Fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Also, okay. Oh, warte. Kann ich in die Kasse hier reinkommen? Oh, was ist das hier? Es ist abgeschlossen. Okay. Das hier. 3 Leibbrot, 3 Beutel Milch, 1 Dutzend Eier. Lieferung an der Hintertür. Täglich um 8 Uhr. Zutrittscode 0886. Für den Hintereingang 0886. Norman Young. Habe ich irgendwie einen Schlüssel hierfür? Ne. Aber warte mal kurz. Ich muss kurz was gucken. Okay. Ähm. Ich gehe mal kurz siehle. Ich gehe mal kurz. Okay. Ich gehe mal kurz. Und dann, Cette ist der Sastre. Vielen Dank.